Viele von euch werden es schon bemerkt haben. Der Facebook-Algorithmus arbeitet mit neuen Filtern. Für euch bedeutet das eine weitere Einschränkung. Eure Beiträge auf Facebook werden nicht mehr so vielen Usern gezeigt. Facebook verändert sich momentan drastisch. Das, was gestern noch richtig war, ist heute absolut falsch. Facebook realisiert derzeit sein neues Konzept. Mark Zuckerberg nennt es, the future of Facebook is private. Was bedeutet das? Und was muss ich künftig beachten? Bereits die falsche Platzierung von Links oder die Verwendung bestimmter Wörter kann meine völlige Unsichtbarkeit auf Facebook auslösen. Wir alle müssen komplett umdenken, wenn wir auf Facebook weiterhin Erfolg haben wollen. Was ich jetzt wirklich wissen und beachten muss, erfahre ich hier.